Hi, ich bin Simon von Simpio und heute stellen wir euch die Befreiung der Riedburg vor. Wer die Illustrationen kennt, weiß, ja, da hat Michael Menzel seinen Pinsel gesprungen und dieses Spiel spielt in der Welt von Andor. Wir starten mit einer kurzen Regelübersicht, damit ihr wisst, was dieses Abenteuer in Andor ausmacht und dann starten wir in die Bewertung und sezieren das Spiel auf seine Innereien und gucken, wie gut ist es wirklich. Willkommen zurück in der Welt von Andor. Diesmal streifen wir aber nicht über endlose Wiesen und richten Monster in Dungeons und sonst was, sondern wir beschränken uns diesmal auf die bekannte Riedburg, denn diese ist von Schergen besetzt und wir müssen sie befreien. Andor-typisch gibt es Aufgaben, die wir schaffen müssen, es gibt Begegnungskarten, die eben Monster und sonstige Schrecken für uns bereit halten und es gibt sowas wie einen abgespeckten Dungeon Master, der die Funktion übernimmt, ohne dass wir einen am Tisch dafür abstellen müssen und das sind unsere Erzählkarten. All die Dinge kommen uns aus Andor bekannt vor, greifen in dem Spiel aber noch ein bisschen anders ineinander. Bevor wir die Riedburg mit Monster fluten, ist es wichtig, dass wir uns die Aufgabenkarten angucken und davon verteilen wir zu Beginn des Spiels auf jedes, auf jede Location eine Aufgabenkarte verdeckt. Wenn wir vier der ausliegenden Aufgabenkarten geschafft haben, haben wir das Spiel insgesamt gewonnen. Alle Aufgabenkarten, die wir jetzt nicht verteilt haben, sind für das Spiel irrelevant und kommen in die Box zurück. Das bringt ein bisschen Variation für weitere Spiele. Ich habe schon angekündigt, wir wollen Action in der Riedburg und wenn wir Action in der Riedburg wollen, brauchen wir Begegnungskarten. Dieser düstere Schatten sagt uns an, dass sich hier drunter entweder Gegenstände oder Monster enthalten. Die platzieren wir hier oben und beginnen damit, dass wir auf jede Aufgabekarte verdeckt eine Begegnungskarte legen. Generell können wir die Aufgaben erst absolvieren, wenn die komplett freigelegt sind, soll heißen, das Feld wäre jetzt hier frei. Das heißt, diese Aufgabe könnten wir in Angriff nehmen. Solange sich aber Karten hier drauf befinden, müssen wir die Karten erstmal besiegen, erkunden, sammeln, was auch immer. Wir können also erst einen Blick auf die Aufgabenkarte werfen, wenn wir die Begegnungskarten darüber besiegt haben. So, und damit es auch ein richtiges Andor wird, brauchen wir natürlich zum einen Freunde, die sich zu euch gesellen. Hier haben wir zum Beispiel den Quickfidelen, Grenolin, den Barden. Die Freunde platziert ihr hier unten. Damit wir ein richtiges Andor-Feeling haben, dürfen natürlich Erzählerkarten nicht fehlen. Jedes Mal, wenn Erzählerkarten getriggert werden, wie das passiert, zeige ich euch gleich bei der Charaktervorstellung, handelt ihr diese ab. Das bedeutet, ihr dreht diese Karte um und schaut euch den Effekt an. Das gelbe Feld hier oben ist für das normale Spiel und manchmal kann es vorkommen, dass hier rot hinterlegte Spiele sind. Diese Felder könnt ihr ignorieren, wenn ihr auf leicht spielen wollt, wenn ihr auf schwer spielen wollt, dann triggert ihr auch das. Wir handeln einmal beispielhaft ab, was uns diese Karte sagen würde. Hier oben ist ein kleiner Flufftext, den könnt ihr euch durchlesen und da unten steht, was passiert. Das bedeutet, dass ihr zwei offene Karten auf das Feld 6 legt. Das wäre hier eine offene Karte, ein Monster, ein Gorloth und noch eine offene Karte, ein Flugor. So, und der untere Effekt sagt euch, dass ihr eine verdeckte Karte auf das Feld 4 legt. So, wie ihr jetzt schon unschwer erkennen könnt, sind hier unten auf dem Feld drei Karten. Ihr müsst euch aber von oben nach unten durchkämpfen. Das heißt, ihr müsstet zuerst diesen Flugor besiegen, der auch hier noch eine Spezialfähigkeit hat und hier oben seinen Kampfwert. So, es kann manchmal sein, dass die Spezialeffekte haben. Hierfür gibt es aber wunderschöne Schnellzusammenfassungskarten, die euch erklären, was diese Effekte sind. So, wenn wir diese Karten abgehandelt haben, dann ist der Erzählakt schon vorbei. Und das ganze Spielchen machen wir so lange, bis alle Erzählkarten aufgebraucht sind. Und wenn alle Erzählkarten aus dem Spiel wären, dann habt ihr verloren. Schafft ihr es allerdings vorher, eine Location freizulegen und diese Aufgabe zu schaffen und davon noch drei weitere, also insgesamt vier an der Zahl, dann habt ihr das Spiel gewonnen und ihr habt die Riedburg vor den fiesen Schurken befreit. All die Dinge kommen uns aus den großen Legenden von Andor bekannt vor, funktionieren in dem Spiel aber ein klein bisschen anders. Kleine Info am Rande. Die Befreiung der Riedburg ist übrigens keine Fortführung der drei großen Legenden von Andor, sondern es ist mit Absicht ein kleines Spiel. Deshalb passt es auch, dass wir eben nicht das große Land bereisen müssen, sondern uns auf die Riedburg beschränken und ein kleines, spritziges Abenteuer in dieser Festung erleben. Was wäre Andor ohne unsere bekannten Helden? Hier habe ich Thorn auf der Hand, den kennen wir schon aus den großen Legenden von Andor. Und diesmal werden unsere Helden gespielt durch Karten. Welche Helden sich noch in der Box verstecken und wie die Kartenmechanismus funktionieren, zeige ich euch mal ganz schnell. Ihr habt altbekannte sechs Charaktere zur Verfügung. Seit Jahren helfen sie anderen in der Not. Sie wollen nicht ganz ernst genommen werden. Ihre Gegner sollten sie aber ernst nehmen. Also, wenn Andor ein Problem hat und nicht mehr weiter weiß, dann ruft es nach dem Andor-Team. Thorn, Krieger aus dem Riedland. Shadda, Bogenschützin aus dem wachsamen Wald. Kila, Hüterin der Flusslande. Orphen, Wolfskrieger aus dem Hochgebürde. Ära, Zauberin aus dem Norden. Und Kram, Zwerg aus den Tiefen. Jeder eurer Helden hat zu Beginn des Spiels drei Handkarten zur Verfügung. Außer Orphen, der hat vier. Jeder Charakter hat zwei Optionen in seiner Runde. Option eins ist, er spielt eine Karte. Wenn ihr zum Beispiel diese Karte spielt, darf er sich danach aussuchen, ob er im Kampf sechs Stärke mit einbringen möchte. Diese Stärke könnt ihr einfach mit der Stärke von Monstern verrechnen. Wenn ihr genauso stark seid wie das Monster, also sechs gegen sechs in dem Fall, könntet ihr das Monster besiegen. Ob ihr zwei Willenspunkte sammeln wollt, das sind diese Plättchen. Die könnt ihr in eurem Kampf also hier dazu addieren, wenn ihr das braucht. Also ihr könntet sagen, dieses Plättchen werfe ich ab und dafür habe ich Stärke sieben. Oder ob wir uns ein Feld bewegen wollen. Ihr dürft auch Freunde ein Feld bewegen. Das heißt, ihr müsst nicht eure Charaktere selber bewegen. Wenn wir diese Karte gespielt haben, haben wir nur noch zwei Karten auf der Hand. Das bedeutet, wir können fröhlich so weiterspielen und können dann noch diese Karte spielen und haben dann noch eine Karte auf der Hand. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir keine Karte mehr auf der Hand haben. Jetzt müssen wir als Charakter durchschnaufen und das ist Option zwei für eure Charaktere. Ihr könnt eure Handkarten wieder auf die Hand nehmen. Wenn ihr euch irgendwann im Spiel dazu entscheidet, Handkarten wieder auf die Hand zu nehmen, das könnt ihr auch zwischendurch tun. Dafür müsst ihr nicht alle Karten ausgespielt haben. Bekommt ihr die Karten zurück auf die Hand und es wird eine Erzählkarte aufgedeckt. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr das tut, schwindet eure Zeit und der große Untergang der Riedburg rückt näher. Denn, wir haben es schon erwähnt, wenn das Erzählkartendeck durchgespielt ist, kommt der große Drache und ihr habt das Spiel verloren. Den großen Drachen seht ihr übrigens nicht, da ist das Spiel einfach vorbei. In den Legenden von Andor könnt ihr aber gegen diesen kämpfen. Jeder Charakter hat andere Fähigkeiten. So hat Shadda hier zum Beispiel die Möglichkeit, Köcher zu sammeln. Diese Köcher liegen verdeckt aus. Wenn ihr einen von diesen Köchern einsammelt, dreht ihr ihn um und seht, wie hoch die Kampfstärke ist. Shadda hat nicht, wie Thorn zum Beispiel, viele Karten, die eine Standardstärke bringen, sondern sie verschießt Pfeile und muss gucken, wie stark ihre Pfeile sind. Jeder Charakter kommt, wie gesagt, mit anderen Fähigkeiten daher. Daher ist es an sich schon variantenreich, alle Charaktere mal auszuprobieren. Ab jetzt wird knallhart bewertet und wir starten mit unserem ersten möglichen Stern, dem Regelwerk. Wir schauen uns an, ist das Regelwerk übersichtlich, können wir schnell starten oder habe ich das Gefühl, ich lese einen verstaubten Wälzer und tue mich unnötig schwer damit. Die Befreiung der Repo kommt mit insgesamt acht Seiten daher, wobei die Rückseite eine kleine Übersicht der verschiedenen Icons und verschiedenen Fähigkeiten sind, die wir in dem Spiel anwenden und auffinden können. Insgesamt ist das Regelwerk auf seinen acht Seiten schön bebildert. Es startet ein bisschen mehr bebilderter und wird dann textlastiger. Neben dem Regelwerk ein besonderes Highlight und da sei schon mal vorweg gesagt, vielleicht rettet das diese Wertung, sind diese beiden Hilfskarten. Die liegen in dem Spiel aus und geben uns einen kurzen Überblick, was die verschiedenen Icons in dem Spiel bedeuten. Es sind ein paar Icons, aber mit den Karten ist es relativ schnell gelesen. Und eins sei gesagt, das Regelwerk startet übersichtlich, wird ein klein wenig unübersichtlicher, aber insgesamt und gerade durch diese Hilfskarten bekommt es von uns einen Stern, weil es relativ schnell einprägsam ist und man sich die Icons nicht merken muss, weil wir haben sie hier drauf. Kommen wir zu den Spielmechanismen. Hier bewerten wir, wie sinnvoll die verschiedenen Mechanismen ineinander greifen. Und die Befreiung der Readbook bedient sich direkt mehrerer. Und zwar haben wir zum einen unsere Handkarten. Die Handkarten stellen zeitgleich auch die Zeit dar, die wir haben. Denn jedes Mal, wenn diese Karten aufgebraucht sind, kommt die nächste Erzählkarte und wenn alle Erzählkarten eben abgehandelt sind, haben wir das Spiel verloren. Unsere Handkarten können wir erweitern durch Freundeskarten und durch Gegenstandskarten. Und eben diese Erzählkarten geben den Spielfluss vor. Das bedeutet, die ersetzen eben den klassischen Dungeon Master, machen es sehr, sehr leicht, weil es keine komplizierten Regeln für die Bewegung von Monstern gibt. Alles wird in den Erzählkarten abgehandelt. Und all das greift so gut ineinander, dass tatsächlich das Feeling einer der Legenden von Andor aufkommt. Und wir uns so ein bisschen an die alte Heimat erinnern, Föhrjalln, und sagen, wisst ihr noch damals, wie das war, als wir über die Wiesen von Andor geschweift sind? Heute bewege ich mich nur in der Readburg. Aber ich habe ja auch weniger Zeit. Also die Mechanismen fügen sich so gut zusammen, dass wir ein wohliges Andor-Gefühl haben und das alleine hat den Stern verdient. Deshalb, ja, es bekommt den Stern. Kommen wir zu dem Glücksfaktor. Hier bewerten wir, ob das Glück unverhältnismäßig in das Spiel eingesetzt wird. Jetzt ist es das Hauptbestandteil dieses Spiels, über die Erzählkarten die Monster auf die verschiedenen Orte zu platzieren. Ebenso ist es Hauptbestandteil des Spiels, dass die Aufgaben für die Spieler unbekannt auf den sechs Orten verteilt sind. Jetzt ist es aber absolut willkürlich, wo die Monster platziert werden. Und es ist ebenso willkürlich, welche Aufgabe sich irgendwo drunter verbirgt. Jetzt kann es sein, wenn die Erzählkarte uns komplett in die Karten spielt, dass die Monster sich so verteilen, dass die uns überhaupt nicht stören in dem Moment, in dem wir eine Aufgabe erfüllen wollen. Es kann aber auch sein, dass die genau da aufkommen, wo wir gerade eine Aufgabe erfüllen wollen. Und dann ist das absolut unglücklich und das frustriert. So, und genauso ist es mit den Aufgaben. Da wir nicht wissen, welche von den Aufgaben sich darunter verbergen, müssen wir diese erstmal aufdecken und finden dann erst heraus, ja, die kann ich jetzt spielen oder die kann ich jetzt nicht spielen. Manche Aufgaben kann man auch erst am Ende des Spiels lösen. So, es ist wirklich so, dass euch die Erzählkarten manchmal sämtliche Strategien, die euch zurechtgelegt haben, schön vom Tisch donnern und ihr da sitzt und sagt, äh, ja, toll. Schön, dass wir uns jetzt fünf Minuten darüber unterhalten haben, was wir tun wollen. Die Erzählkarte zerstört das schön ordentlich. Andersrum kann es genauso sein, dass ihr euch was überlegt. Es läuft alles wie geschmiert. Die Erzählkarten verteilen die Monster wunderbar auf Felder, die euch völlig egal sind. Und ihr dümpelt so durch die Riedburg und macht eine Aufgabe nach der anderen und habt das Spiel easy geschafft. Hopp oder Top. Aus der Sicht viel zu viel Glück, kein Sterben für den Glücksfaktor. Kommen wir zum nächsten Stern, das Spielmaterial und die Illustrationen. Wir gucken, was ist in der Box, wie schön sieht es aus. Was soll ich sagen, wir haben hier... Irgendwo? Irgendwo da? Treffe ich was? Wenn nicht, seht's mir nach. Michael Menzel hat's wieder mal gezeichnet. Er hat wieder mal das Andorfeeling auf den Tisch gebracht. Wir haben unsere Charaktere als Aufsteller auf der Karte. Wir haben eine an sich schön gezeichnete Karte, obwohl ich da sagen muss, es hätte etwas mehr sein können, damit man wirklich dieses Gefühl bekommt, dass man sich in der Riedburg bewegt. Generell habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Karte ansehe, ich bewege mich auf irgendeinem Hügelberg mit Steinen drauf und nicht in der Riedburg. Das finde ich, hätte man schöner machen können, damit man die einzelnen Locationen da noch abklopft. Das ist dieser einzige Wermutstropfen, aber generell erzeugt das hochwertige Spielmaterial und die schönen Illustrationen wieder mal ein schönes Andorfeeling. Weshalb ich sagen muss, ja, ich fühle mich zurückversetzt und es macht Spaß, mit sowas zu spielen. Also den Stern bekommt es definitiv. Stürzen wir uns auf den nächsten Punkt und zwar die Spielzeit. Hierbei bewerten wir, ist die Spielzeit zuträglich für das Spiel? Schadet die Spielzeit dem Spiel? Ist es viel zu lang? Hat es Hänger? Das Spiel behauptet, es dauert ca. 40 Minuten mit zwei bis vier Spieler. Wir haben es in sämtlichen Konstellationen getestet und das Spiel dauert 20 bis 40 Minuten. Die Befreiung der Riedburg ist ein Legenden von Andor Light. Innerhalb von fünf Minuten ist die Riedburg aufgebaut und innerhalb von 20 bis 40 weiteren Minuten ist die Riedburg befreit. Oder wir tot. Es ist schnell gespielt, es hat kaum Hänger und es ist ein wunderbarer Einstieg für alle, die die Legenden von Andor entweder noch nicht gespielt haben oder einfach nur ein bisschen in der Erinnerung baden wollen, wie schön es war, Andor damals zu retten. Heute retten wir die Riedburg. Innerhalb von 20 bis 40 Minuten. Das ist schön. Und aus dem Grund kriegt es auch locker von uns einen Stern. Heieiei, der nächste Stern. Atmosphäre und Immersion. Wir bewerten, ob wir unseren Kopf ausschalten können und völlig in der Spielwelt abtauchen. Die Legenden von Andor haben es ja damals 2013 vorgemacht. Die Befreiung der Riedburg macht es nicht ganz so prall nach. Wir haben zwar eine kleine Story, das bedeutet, wir haben Flufftext auf den Erzählkarten, aber dieser Flufftext ist absolut random gewählt. Das heißt, da stehen dann so Dinge wie, ja, ein Schatten bewegt sich in die Schmiede, guckt doch mal nach, was das ist. Es sind absolut neutrale Events, die jederzeit triggern können und in unserem Kopf auch keine durchgängige Geschichte erzählen. Es gibt keinen stringenten Handlungsverlauf. Der einzige Handlungsverlauf, der uns bekannt ist, ist, wenn das Erzähldeck durch ist, dann hat der Drache halt eben gewonnen. Wenn wir das Spiel gewinnen, gibt es weder einen Epilog, noch gibt es irgendetwas, was uns sagt, wir haben das Spiel unfassbar gut gewonnen, wir haben es schlecht gewonnen. Der Drache macht irgendwas. Im Regelwerk wird sogar darauf hingewiesen, dass wenn wir die Riedburg befreit haben, wir uns dann eine Legende von Andor schnappen sollen, weil da tauchen wir dann immersiv stark ab. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein Ableger, der schnell gespielt sein möchte und der auch genauso schön daherkommt wie die großen Legenden von Andor. Aber ein bisschen mehr Immersion hätte dem Spiel sehr, sehr gut getan, damit ich noch mehr abtauchen kann. Gerade wenn ich mir vorstellen würde, ich kenne die Legenden von Andor noch gar nicht, dann kriege ich jetzt ein schönes Bild im Kopf, wie Michael Menzel die Welt malt und wie es ungefähr aussehen könnte. Aber das Spiel an sich vermittelt mir keinen Handlungsstramm. Ich glaube, es wäre möglich gewesen, eine kleinere Kampagne da reinzubauen, ohne dass man die Spielzeit enorm verlängern muss. Ich fühle mich zwar stark an Andor erinnert, aber ich tauche nicht in dieses spezielle Abenteuer ein, weshalb es den Stern von uns nicht bekommt. Der Wiederspielwert. Hierbei gucken wir uns neutral an, wie oft kann das Spiel aus dem Schrank geholt werden und wie oft macht es uns noch Spaß. Und eins hat schon mal vorweg gesagt, das Spiel hat sechs verschiedene Charaktere. Das bedeutet sechs verschiedene Strategien, die wir spielen können. Und das Spiel hat gefühlt zehn oder so verschiedene Aufgabenkarten. Ich weiß, es sind nicht zehn, es sind mehr, aber es fühlt sich so an, als würde es nur zehn verschiedene Aufgaben geben. Und ich sage euch nochmal, die sechs Charaktere und die Aufgabenkarten sind sehr schnell alle gesehen. Und spätestens dann ist der Reiz von dem Spiel verflogen. Der Schwierigkeitsgrad ist zwar anpassbar und kann dafür sorgen, dass wir mal abwechslungsreiches Spiel haben. Aber letztendlich ist es häufig absolut glücksgetrieben, ob wir das Spiel gewinnen. Deshalb ist es auch da nicht mehr entscheidend, ob wir jetzt mit den roten Karten spielen, die eben einen höheren Schwierigkeitsgrad symbolisieren, oder ob wir sie weglassen. Meistens ist das eh nicht so großartig fordernd, wenn das Glück einigermaßen uns Holz sind. Also auch da ist der Wiederspielwert bei uns nicht ganz so groß gewesen. Im Weiteren muss man sagen, dass man nach drei bis vier Partien und gegebenenfalls noch dem Ausprobieren der sechs verschiedenen Charaktere alles in dem Spiel gesehen hat und der Reiz ein bisschen verflogen ist. Schreibt mir doch am besten mal in die Kommentare, wie oft habt ihr das Spiel tatsächlich gespielt? Ab wann war der Wiederspielwert bei euch nicht mehr zufriedenstellend? Bei uns ist das schon nach fünf Partien passiert. Also, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ich sehe keinen hohen Wiederspielwert dabei. Ich bin aber auch ein Vielspieler und vielleicht spricht es mich nur nicht so an. Ich bleibe trotzdem dabei. Wiederspielwert bekommt von uns keinen Stern. Huiuiui. Kommen wir zum letzten Punkt. Der Fanboy. Ihr wisst es mittlerweile. Der Fanboy ist absichtlich subjektiv. Hier können wir reinhauen. Hat uns das Spiel bewegt? Haben wir richtig Bock auf das Spiel? Und was fanden wir daran gut? Wenn ihr die Legenden von Andor noch nicht gespielt habt und habt mehr als 40 Minuten Zeit, dann spielt lieber erstmal eine Legende von Andor, weil die tatsächlich noch mehr transportieren. Aber der Pluspunkt von der Befreiung der Riedburg ist eben, dass es eine wirklich schöne Heranführung an die Legenden von Andor ist. Entweder habt ihr das Spiel gespielt und sagt dann, boah, sollen wir das nicht nochmal aus dem Schrank holen und nochmal Andor befreien? Oder ihr habt es noch nicht gespielt und sagt, das war ein guter Anfang. Vielleicht sollte ich mal die Legenden von Andor spielen. Also insgesamt wirkt das wie eine gute Werbemaßnahme, um nochmal auf die Legenden von Andor anzusprechen. Es fühlt sich an wie ein Andor-Light. Das macht es wirklich gut. Aber im Weiteren gibt es kaum Aspekte, die bei uns hängen bleiben. Wir sind Vielspieler und nach wenigen Runden ist der Wiederspielwert von dem Spiel erschöpft. Wir tauchen nicht großartig ab. Wir haben kein strategisches Spiel. Weshalb wir sagen, wir fanden es sehr, sehr schön, nochmal an Andor erinnert zu werden. Aber das Spiel hat keinen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Weshalb wir genau in der Mitte stehen und sagen, wir wissen zu schätzen, was das Spiel sein möchte. Wir hätten aber noch viel, viel mehr erhofft. Deshalb geben wir dem Spiel 1,5 Sterne von möglichen Dreien. Damit sind wir genau in der Mitte und ich denke, das ist ein fairer Wert dafür. Achso, eins sei dazu noch gesagt. Andor hat auch einen sehr schönen emotionalen Wert bei uns in der Spielrunde. Weil der Großteil fand es wirklich genauso gut, wie es auch ist. Aber wir hatten auch einen Spieler am Tisch. Da muss man mal sagen, der hat in Andor nichts auf die Kette bekommen. Eigentlich ein hervorragender Expertenspieler. Aber Andor hat der nicht meistern können. Also das war ein Pflaster, da war der echt, naja. Und noch heute ist praktisch Andor seine Nemesis. Man muss nur das Wort Andor sagen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da geht es gar nicht um das Spiel an sich. Sondern er hat harte Zeiten in Andor durchlebt. Und nicht nur von der Map, sondern auch von den Sprüchen, die wir ihn als Mitspieler gedrückt haben. Weil das war keine Grenzleistung, mein Freund. Damit ist alles gesagt. Ich nehme meine Rüstung wieder ab und wir zählen zusammen. 5,5 Sterne ist ein mittelmäßiges Ergebnis. Und ich muss auch sagen, es war schön, wieder in Andor reinzuschnuppern. Aber ich habe keinen Anlass gesehen, meine Rüstung wieder länger anzuziehen als für den kurzen Abstecher. Daher kommt die Rüstung wieder an den Nagel und wir warten auf das schöne nächste Abenteuer. Ihr müsst aber gar nicht mehr so lange warten, denn nächste Woche sehen wir uns schon wieder mit dem nächsten Video. Also bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao.